Hallo, meine Herren und meine Damen und Herren, ich bin Patrick Hartmann, Präsident der Gemeinschaft Kassel-Karneval-Gesellschaften. Wir haben ebenso gerade im Scheidemannhaus zu Kassel unsere Prinzen-Doklamation gefeiert und laden Sie ganz herzlich ein, in unsere Jubiläumssession 55 Jahre Gemeinschaft Kassel-Karneval-Gesellschaften mit uns zusammen zu feiern. Alle Termine der gesamten Gemeinschaft Kassel-Karneval-Gesellschaften und ihrer Mitgliedsgesellschaften können Sie unter www.ekk-kassel.de einschauen oder liken Sie uns einfach bei Facebook, da sind wir aufzufinden. Viel Spaß in der Session und Alarm und Erlaub!